Ein großer Schlüssel. Und ich glaube, ich weiß, was ich tun kann, um die Krokus da vor der Tür zu ärgern. Ich mach mal etwas kalt. Ich probiere es einfach mal aus. Das würde doch gar keinen Sinn machen. Da würde das Wasser doch mal gefrieren. Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Eine Lüge. Soll ja glitschig werden, ne? Das ist eine Lüge. Lüge. Irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert, wie ich dachte. Ja, du musst das Wasser nochmal wieder auf den. Die wurden angespitzt. Ja. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich werde angespitzt. Irgendwie nicht so ganz, wie ich erhofft hatte. Naja, wahrscheinlich, dass du es so heiß gedreht hast. Das ist doch verdammt. Ah, natürlich. Ja, klar. An sowas denke ich natürlich nicht. So, dann machen wir es mal normal warm. Jetzt dürfte das Wasser geschmolzen sein und jetzt darf ich es wieder kalt stellen. Aber ich gucke vorher. Hätte ich jetzt auch empfohlen. So, ähm, fliege, fliege, fliege. Ab wieder nach oben. Gucken, ob Wasser geschmolzen ist. Ich bin mal sofort antwortet dem Mechanum. Ja, das ist von Vorteil. Also, lieber Micha, wenn du das hier siehst. Du bist schuld. Du bist schuld, dass hier alle angestupst werden. Fürchterlich. Bäh. Er kann ja nur. Ähm. Füllt mal ein. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Untergehen. Halt. Drehen. Hoch. Und ärgern. Allerdings kann ich ja auch ausrutschen, wenn ich dann da aus der Tür gucke. Das ist das Ding. Und ich will nicht unbedingt... Jetzt dreh einfach kalt. Na, okay. Dann dreh ich kalt. Blei keine Pussy und kalt. Brr. Recht kühl. Mäßige bis frische Winde aus südlichen Richtungen. Aber arsch. Aber arschkalt. Ja. Der Spruch ist so offensichtlich, wie er nun mal ist. Wie der Kuchen. Der Kuchen ist eine Lüge. Denk dran. Der Kuchen war schon immer eine Lüge. Ui. Das wird jetzt interessant. Ich hoffe, er kann gut Schlittschuh laufen. Und ab zur Tür. So. Oh ja. Und dazu die passende Musik. Wunderschön. Weiter höre ich die gerade. Ach, zu schade. Oh, da kommt der andere. Yay. Ach, wunderbar. Oh Mann. Genial. Genial. Bam. Ich wusste, das würde euch gefallen. Ah, schön. Da kann ich ja wieder runter gehen. Nur fliegen sie. Und ganz normal hoch gehen. Und die Klimaanlage wieder auf normal stellen. Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Aber jetzt auch tatsächlich. So. Klimaanlage wieder auf normal. Damit sich auch hier keiner beschweren kann. Ich bin am überlegen, ob ich nicht die Nadel wieder mitnehmen sollte. Lass ihn erstmal noch drin. Vielleicht brauchst du ja nochmal da drum. Das heißt, ich brauchst du definitiv. Nö, das weiß ich nicht. Ich hab noch nicht gelesen. Ach so. So, weiter hoch. Wir haben ja jetzt Schlüssel und Schlüssel und Schlüssel-Schlüssel. Gehen wir mal da hoch. Da ja die zwei Wachen jetzt außer Gefecht gesetzt sind. Glaubst du, dass du nun wirklich da hoch kannst? Ohne Probleme. Du wirst verschlossen. Ähm. Schlüssel? Diese verrückten Wasen erstrecken immer einen Reserve-Schlüssel im Aquarium. Genau. Das mach ich auch immer. Ich hab zwar kein Aquarium. Wollen wir mal sehen. Uh, nett. Eine Vase. Ein Bücherregal voller Bücher. Oh. Nettes Portrait. Ob das wohl ein Verwandter ist oder wie der Lust selbst. Als Cross-Dresser. Zu schade, dass das nicht mitvorgelesen wurde. Zu dem Eselskopf weiß er gar nichts zu sagen. Venus-Fliegenfalle. Die nehmen wir doch gerne mit. Und die will uns dann bestimmt beißen. Ach nein, das ist eine Lüge. Okay, funktioniert nicht. Dann. Let's try this. Ach, schade. Es ist wirklich zu schade, dass du die Musik nicht hören kannst. Die Musik ist einfach nur genial. Ich könnte ja mal die Möbel umarrangieren. Wie machen wir das jetzt am besten? Krims-Krams. Ja, also mir gefällt's. Irgendwas muss man doch mit diesem Bürostuhl machen können. Nee, irgendwie nicht. Ähm. Nein. Hm. Irgendwas muss doch funktionieren. Gehen wir mal weiter hoch. In der Hoffnung, dass ich da ohne Probleme weiterkomme. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Oh. Nett. Ein Tor. Öffne mir Tür und Tor. Und da hinten ist ein Knopf. Es ist so einfach. Es ist so unglaublich einfach. Und. Es ist nur ein ganz klein bisschen zu kurz. Äh. Dann. Äh. Müssen wir das Ding irgendwie länger machen. Irgendwas muss doch passen. Irgendwas muss doch passen. Wir haben die Pläne immer noch. Ist ein bisschen komisch. Nein. Ähm. Du hast nur was im Vorraum vergessen. Hab ich das? Badezimmer? Nee. Ich bin dem anderen. Ja. Allerdings weiß ich ja nicht, wie ich an die Venusfliegenfalle reinkomme. Überlege sie mal. Du hast. Du sagst ja Venusfliegenfall. Ja. Ich sage Venusfliegenfall. Oh Gott. Ich bin eine dicke, saftige Fliege. Und du würdest mich bestimmt gerne fressen. Ähm. Ja. Das hilft mir jetzt aber gerade nicht wirklich weiter. Wieso? Ich bin eine dicke, saftige Fliege. Ah. Okay. Ah. Ich sehe schon. Du hast das vorher nicht gemacht. Guck mal auf den Schranken rechts in der Ecke. Oh. Brille. Oh. Sei doch vorsichtig mal. Block. Oh. Was haben wir denn da? Eine geheime Tür. Dann machen wir den Ventilator aus. Punkt. Ach so. Ist schneller. Ups. Na. Zum Glück haben wir da ein bisschen die Möbel oben arrangiert. Das ist ohne es zu wissen. Was für ein Esel. Jetzt aber passt das mit der Fliege. Punkt. Jetzt passt das. Na, 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 na. Du kannst mich doch gar nicht fressen, solange du die Brille im Mund hast. Nein. Ich glaube es. Ich auch nicht. Du bist zu in der Vase, ja? Ja. Ähm. Ich kann nicht bis auf den Boden greifen. Schon mal daran gedacht, die, äh, umzuschmeißen. Wenn er soweit nicht denkt, doch mal in dein Inventar. Hm. Bumm. Bumm. Da, Sonnenbrille. Oh. Yay. Coole Sache. Trotzdem komme ich nicht an den Knopf ran. Mit dieser Venusfliegenfalle muss man auch noch irgendwas tun können. Es kann doch nicht sein, dass das alles war. Das war alles. Nimm mal raus. Okay. Das war alles. Siehst du? Nach oben? Ohne Moment. So, ich hätte es mal gucken. Ich geh mal nach unten. Ähm. Soll ich das nach unten gehen? Ah, das ist aber richtig. Ha. Oha. Ich bin gut. Guck dir. Da fehlt doch was. Guck dir mal die beiden Köpfe da an. Da fehlt doch was. Da fehlt ein Horn. Von innen? Oh. Blauer Kristall. Ja. Von innen abgeschlossen. Okay, wir haben jetzt, würde ich mal sagen, alle drei Kristalle. Okay, soll ich dir kurz bei Hitzel helfen? Ähm. Das ist ein bisschen gemeiner. Das ist ein bisschen sehr gemein. Das hat nichts mit den Kristallen zu tun. Ähm. Ich probiere einfach mal. Das hat nichts mit deinen Gegenständen zu tun. Okay. Mit was hat es dann zu tun? Guck mal auf das Horn von dem linken Gargoyle. Ah. Das eine Horn zum anderen tun. Äh. Zum. Ja. Oder so. Nein. So. Äh. Das ist gemein. Nein. Nein, 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 nein. Du musst das Horn anklicken. Du musst dann nach oben. Ich muss dann nach oben? Okay. Das ist echt gemein. Äh. Ins Badezimmer, durch den Schacht, nach unten und zurück gehen. Nach oben. Okay. Macht doch Sinn. Naja. Naja, das Horn geht rück auf die andere Seite, wenn du an der Treppe vorbeigehst. So gehst du nicht an der Treppe vorbeigehst. Tö 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 Bis zum nächsten Mal.